Kommt mit auf Wildkräuter-Tour! Wir nehmen euch mit in der Natur und zeigen euch die wichtigsten Wildpflanzen hier in unserem Breitengraden. Wir schauen uns an, wie man die Wildpflanzen findet, wie man sie voneinander unterscheidet, den Nutzen in der Küche, den praktischen Nutzen. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, aus denen man Zahnbürsten machen kann, aber auch natürlich mögliche Heilwirkungen. Das alles zeigen wir euch hier in der Natur. Nach dem Sammeln geht es in die Küche. Wir zeigen euch, wie man aus verschiedenen Kräutern verschiedene Sachen macht, unter anderem Wildkräuterlimo, Pesto oder auch einfach nur in Salat. Also Leute, kommen mit auf Wildkräuter-Tour! Es gibt viel zu entdecken!